Hallo, hier ist Naruto1986 wieder. Willkommen bei Batman Arkham Origins. Und wir sind gerade auf dem Weg zu Firefly. Müssen jetzt erstmal die drei Bomben entschärfen. Also die nächsten drei Bomben entschärfen. So. Die Trottel kriegen ja auch nichts mit, kann das sein? Ach, nur noch zwei bewaffnete sind das, oder was? So. Ha. So. Na, komm mal her, Freundchen. Ja, dann komm mal her. Komm mal ein paar Schritte in die Richtung und dann hab ich dich. Ja. Komm her, mein Freund, komm her. Noch ein paar Schritte. Hättest noch einen Schritt, das war dein Fehler. So, hab dich. Gute Nacht. Ja, ja. Ich bin gerade auf dem Weg, Alter. Jawohl. Ja, Gott sei Dank, nöt. Okay, halten Sie mich auf dem Laufstück. So. Das frage ich mich auch. Ich hoffe, da fasst jetzt gleich kein Fehler dabei. Ich hoffe, dass ich das gleich jetzt gleich beim ersten Mal hinkriege, den Mist hier. Weil ich hab da nämlich gerade keinen Bock, und das nehme ich jetzt nicht hin. Ja, hallo. Yes. Ich hoffe, die anderen krieg ich genauso gut hin und genauso schnell hin. Ich hoffe es. So. Einen noch. Und ich hoffe, den bekommt ich genauso hin. Jawohl. Das muss Gordens Feuertür zeigen. Genau. Perfekt. Aber ich hab da nämlich gleich... ...die Feuertür im Zugdepot, damit ich Firefly's Bombe am Nordende der Brücke entschärfen kann. Raus aus dieser Frequenz, sofort! Hören Sie, ich kümmere mich gerade um die Bombe am Südende. Sorgen Sie dafür, dass die Tür offen ist, wenn ich wiederkomme. Lass mich meinen Job machen und bleib mir aus dem Weg! So. Das war's. Damit hab ich jetzt die zweite Bombe. Die Feuertür versperrt mir den Weg. Ich brauche Codes, um daran vorbeizukommen. Die Polizei sollte die Codes haben. Vielleicht kann Käpt'n Gordon... Gordon weigert sich. Ich bin auf dem Weg zur anderen Wunde. Besorg mir diese Codes, bis ich fertig bin. Verstanden. Ich tue mein Bestes. Jupp. Danke, Alfred. Ah, Stufenaufstieg. Super. Äh. Warte mal. Mach mal hier irgendwas, was vielleicht mir nützlich sein könnte. Nass mal mal kurz hier das hier. Und was haben wir hier? Gibt's da dann vielleicht noch was nützliches, vielleicht für mich zum nicht gesehen zu werden oder so? Ah, das ist alles das gleiche. Okay. Dann kann man ja gleich das hier gleich hier zum Ende bringen, was ich hier hab. So. Dann bringe ich das mit der Stufe hier gleich hier ans Ende. Ah, das ist jetzt abgeschlossen. Jetzt werde ich die anderen alle hier alles abschließen. Und dann noch das Ganze von hinten noch. Und dann haben wir's nämlich. So. Perfekt. Dann hab ich nämlich auch alles hier. So. Meine Güte. Für alle Züge Richtung Norden werden Verspätungen erwartet. Vielen Dank für die Nacht mit Gotham Transit. Erstmal hier durch. So. Jetzt mal die Stäpe hier wieder runter. Und durch die Tür. So. Perfekt. Jetzt erst mal mal die Codes holen. Von denen dann. Also erst mal hier hingehen. So und ich hoffe, das bleibt dann hier auch. So. Oh, nee. Klar. Das glaube ich ja auch, dass das nicht einfach wird. Das glaube ich ja langsam jetzt. Aber keine Angst, Batman. Das schaffen wir schon. Jetzt muss ich gerade gucken, wo wir hier lang müssen. So. Da oben einmal rein. So. Na, da sagst du was, Batman, klar. So, rüber mit uns. Ja, hallo. Und einmal hier hoch. Jawohl. Und damit kriegen wir dann die nächste Bombe. So. Perfekt. So, einmal hier rüber. Dann einmal schnell. Wow, Alter, war das knapp eben. Das war sowas von sauknapp eben gerade. Jetzt schon. Aua. So. Schnell hoch mit dir. Hier rüber. Und dann jetzt. Hier rüber. Schnell hier. Schnell hier hoch einmal wieder. Äh. Nochmal eins hoch. Super. So, dann gehen wir mal hier einmal nach oben. Ja, los. Komm noch ein paar Schritte rüber. Ja, schon hängst du. Nein, nein, nein. Warte nicht. Doch, doch. So. Ja, hallo. Und? Du hängst auch. Ja, komm her, Freundchen. Worauf wartest du? Deine Partner hängen jetzt. Also. Du bist dran. Komm her. Okay, wenn du nicht herkommen willst. Dann geh ich ihm halt eins weiter. Vielleicht hast du an Lust herzukommen. Ah, keine Lust. Okay, dann komme ich eben zu dir, Freundchen. Okay. Okay. Und den Boden ausschalten, das war's. So. Hättest du dir so gedacht, Alter. Aber nicht bei mir. So, erstmal schnell hier rein. Ah. Mal gucken, wo ihr seid. Ha. Hallo, auf Wiedersehen. Und schön, dass ihr mal ein bisschen kleben geht. So. Aha. Na, jetzt geht das wieder los mit diesem Geschieße hier. Lass die Waffe liegen. Na, warte, Freundchen. So. Ja, komm. Ich werde euch jetzt alle mal erledigen hier. Oh, weg hier. Ja, komm. So. So, und jetzt kommen meine Elektro-Handschuhe ins Spiel, Freundchen. Los geht's. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss. Und tschüss. Was hast du schon in Ruhe? Komm mal her jetzt. So. Ach, du willst denn auf die Klappe auch noch mal eins drauf. Bam. Und da steht ich, Alter. Hier so irgendwas zu machen. So. Das Ding erstmal hier ausschalten hier. Einmal schnell hier durch. Dann hol ich mir jetzt schnell die nächste Bombe weg hier. So. Dann knack ich die nächste Bombe. Dann haben wir das auch gleich. Verbrennung. Schwäfelbrand. Ja, richtig. Feuerteufel. Und auch das. Das war's. Eine haben wir jetzt noch. Übrig. Ja. Gibt's dann hier noch irgendetwas zu tun? Na, ich glaube, hier gibt's dann... Erstmal nichts mehr. Dann können wir hier wieder zurückgehen. Und dann gehen wir auch mal wieder zurück. Und dann gehen wir auch mal wieder zurück. Sir, ich habe die Code, nachdem Sie gefragt haben. Gut. Ich melde mich, wenn ich an der Tür bin. Sie sollten auch wissen, dass die Geiseln, die Sie befreit haben, entkommen sind. Sie erzählen Geschichten von dem Helden, der Sie gerettet hat. Ich möchte kein Lob. Ja. 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 Ich möchte ich mir... Es ist so schwer, einmal gute Laune zu haben, Sir? Nee, nee, aber... Packen wir schon. Keine Angst, Alfred. Ja. 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 Ich möchte jetzt mal hier die Abkürzung sprengen, freisprengen hier. Na, also, wir sind wieder hier. Wo wir hinwollen. Erstmal die dreckigen Stäbe herunter. Ja, hallo. So. Hier durch. Aha, dann weiß ich, wo wir hier sind. Ach, willst du es ausprobieren? Wenn du es ausprobieren willst, komm her. Wo wir hier sind, wenn du es ausprobieren willst, komm her. Hm. Oh, noch einen Schritt, ne, dann hab ich dich. Komm, komm, hab dich. So. Ich soll dich erstmal hier in den Decken gehen und warte, bis die da... ...feuerteufel der Angelatsch kommen. Dies ist ein automatischer Alarm. Es gibt eine Notfallseite. Wir müssen ihn aufscheuchen. Hier geht los. ... zum nächsten Ausgang. Dann, willst du eine Kugel abkriegen? Passt aber auf, Mann. So. Du hältst mal ganz schön in die Klappe hier, Freundchen. So. Und, tschüss. Okay, alle Einheiten, wir stürmen auf. Nein, hier stimmt nicht, der letzte. Ich habe drei der vier Bomben entschärft. Sobald ich die letzte Bombe entschärft habe... Wir stürmen jetzt. Dafür ist es zu spät. Oh, Mann, du bist so ein Trottel, Alter. Warum willst du stürmen, Alter? Meine Güte, ey. Alfred, öffne die Brandschutztür. Was? So. Dann werde ich mich hier verabschieden, mal wieder. Euer Naruto 1986. Das war Batman Arkham Origins. Hinterlasst mir einen Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare. Abonniert meinen Kanal weiter. Und schaut schön weiter rein in meine ganzen Videos, was noch kommen werden. Und... Ja. Dann sieht man sich jetzt bei Firefly dann wieder. Tschüss. Ja. Ich zeig, ich jetzt... Also acesso Thencast.